ein mega wochenauftakt was wir hier gesehen haben an der börse und zwar eigentlich weltweit kann man das sagen japan heute schon zwei prozent plus x im plus shanghai im plus das sind allerdings olle kamellen denn das war ja schon morgens wir haben aber die amerikaner schon in bester laune wir sehen hier ein riesen gap hier auf dem weg nach oben also insofern eigentlich alles perfekt um hier auf weiter steigende notierung zu hoffen und davon auszugehen dass das passiert tatsächlich man deutet es oder es deutet sich ein bisschen an man sieht dass hier einen trendkanal den wir da sehen hey das ist leicht hängend es ist gar keine frage dass es jetzt nicht steil im moment zumindest mal nach unten geht und solange das so bleibt der kurs sich also jetzt nicht nach unten hier verabschiedet ist die welt in ordnung und wären ausbrüche auf der oberseite vielleicht der trendkanal oder letzte zwischenhochs hier sinnvolle einstiegsmöglichkeiten um nochmal die long richtung zu fahren passt das wirklich na gut das ist durchaus typisch und zwar in allen zeitebenen wir können noch ein bisschen rauszoomen und dann sehen wir dass im großen bild genau das gleiche hatten nämlich zügige aufwärtsbewegungen hier anschließend hier hatten wir das ähnlich aber hier noch sehr deutlich nach unten da war es natürlich jetzt schwierig vor dem wochenende wollte man sich vielleicht da nicht positionieren und konnte auch nicht getriggert werden aber es zeigt sich dass zumindest mal die lesart in welche richtung der markt einfach stärker ist dass das passt also um zurückzukommen der markt aktuell in einer bullischen stimmung mit besten voraussetzungen dafür dass wir weiter steigende kurse erwarten können das ist natürlich bei anderen indizes genauso der dax tendenziell ebenfalls allerdings ist da die korrektur noch nicht ganz so deutlich also wir können es da noch nicht ganz so schön abschätzen was heißt mit der opec geschichte wir können mal einen blick werfen auf wti oder im konkreten fall jetzt hier auf crude oil am terminmarkt in amerika dann sehen wir dass wir hier eine ganz tapfere aufwärtsbewegung das ist auf tagesbasis also wir sind da ja schon sehr zügig nach oben unterwegs und wenn wir hier im kleinen bild gucken hier beim stundenschart dann sehen wir auch da ist alles andere als schwächer angesagt das heißt wenn wir dort ähnlich wie das was ich eben beim dau gezeigt habe hier mal so ein fähnchen nach unten kriege kriegen zum beispiel 15 minuten auch heute nachmittag dann hätte man da die möglichkeit ebenfalls noch mal aktiv zu werden und da das verfahren so wunderschön ist so ein einfach so muss man sagen zeige ich noch mal eine situation bei gold denn auch hier haben eine ganz klare aufwärtsschubrichtung und im moment wackelig nach unten kann man deshalb jetzt schon nach longs gucken naja gucken geht natürlich immer aber spätestens wenn wir das zwischen hoch hier raus haben das wäre ein klassisches zeichen um auf der longseite wieder mit dabei zu sein bricht der markt aber nicht da oben durch sondern bleibt er in dieser bewegung und zeigt vielleicht sogar hier so was wie zack abc hier nach oben also so eine halbe strecke hier so ein bisschen nach oben dann hätte man umgekehrt genau das gleiche musste auf einer kleineren zeitebene das ist jetzt 15 minuten ziemlich stark gestaucht aber dann hätte man natürlich umgekehrt wenn das hier passieren würde dann die besten möglichkeiten für eine weitere abwärtsbewegung der im moment im kleineren ist die schubrichtung nach oben wir sehen also es geht immer noch in beide richtungen ist alles möglich das ist natürlich nichts neues an der börse aber wir haben auch marken an denen wir dann reagieren können ist also nicht so von wegen entweder steigt oder fällt ja genau so ist es aber keine schlechte nachricht sondern eine gute denn egal was passiert wir können unsere trigger in den markt legen und sagen hey dann holt er mich entweder hier oben für die longseite ab oder wenn wir hier noch so eine abc kriegen hier auf so ein zwischenniveau für die short seite und wir sind immer mit dabei naja immer ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber sehr häufig mit dabei wenn der markt in eine richtung losgeht heute neunmittag 14 quatsch um vier uhr oder 16 uhr europäischer zeit da gibt es ism einkaufsmanager daten aus amerika die werden schwächer erwartet als zuvor sondern da kann auf jeden fall einfluss noch mal auf dem markt passieren ob das dann sogar vielleicht eine heftige bewegung triggert das werden wir abwarten müssen aber 16 uhr auf jeden fall noch mal drauf gucken denn das sind durchaus nicht unwichtige daten an einem montag so in diesem sinne wünsche ich für heute erstmal alles gute und hoffe dass sie gut in die woche gekommen sind und diese auch dann ganz toll nutzen können in diesem sinne erstmal alles gute bis zum nächsten mal